Hallo Deutschlerner! Heute haben wir unsere zweite Grammatiklektion in dieser Serie. In dieser Lektion spreche ich über einige unterordnende Konjunktionen. Diese sind wenn, als, ob, falls, bevor, er, bis, sobald, da und damit. Falls ihr sie braucht, gibt es wie immer Untertitel auf Deutsch und Englisch. Klickt CC, um die Untertitel einzuschalten und dann die Einstellungen, um die Sprache auszuwählen, wenn ihr an einem Computer seid. Wenn ihr dieses Video auf einem Handy seht, klickt einfach die drei Punkte in der oberen rechten Ecke, dann Untertitel und letztendlich die Sprache auswählen. Wenn ihr neu hier seid, überlegt euch mal, ob ihr diesen Kanal abonnieren wollt. Wenn ihr euer Deutsch auf ein höheres Niveau bringen wollt, könnt ihr an Unterrichtsstunden bei Lingoda, der Online-Sprachschule teilnehmen. Ich arbeite seit längerem mit Lingoda zusammen und kann euch versichern, sie werden euch helfen, eure Ziele beim Deutschlernen zu erreichen. Klickt den Link in der Beschreibung und fangt heute an, Deutsch mit Lingoda zu lernen. Auf Patreon könnt ihr eine Kopie des Skripts auf Deutsch und Englisch, eine MP3 und ein Arbeitsblatt für jedes Video in dieser Serie herunterladen. Es gibt einen Link in der Beschreibung dafür. Wenn man eine unterordnende Konjunktion verwendet, gibt es einen Hauptsatz und einen Nebensatz. Eine Konjunktion ist ein Verbindungswort, das Haupt- und Nebensatz verbindet. Der Hauptsatz ist der Satzteil ohne Konjunktion. Der Nebensatz enthält die Konjunktion. Der Hauptsatz kann alleine stehen, aber der Nebensatz braucht einen Hauptsatz. Während nebenordnende Konjunktionen die Wortstellung nicht beeinflussen, beeinflussen die unterordnenden Konjunktionen die Wortstellung schon. Die Wortstellung im Hauptsatz ist nicht beeinflusst, wenn die unterordnende Konjunktion im zweiten Satzglied steht, also wenn der Nebensatz nach dem Hauptsatz steht. Im Nebensatz steht aber das Verb am Ende des Satzes. Wenn die unterordnende Konjunktion im ersten Satzteil steht, müssen die konjugierten Verben von beiden Satzteilen in der Mitte des Satzes neben dem Komma stehen. Diese Regeln gelten für all die Konjunktionen auf der Liste von heute und auch in meinem nächsten Video über Konjunktionen in zwei Wochen. In meinem letzten Video habe ich die Konjunktion wenn 16 mal benutzt. Auf Englisch kann man wenn mit if oder when übersetzen. Diese Konjunktion kann man in allen Zeitformen verwenden. Sie wird normalerweise mit mehrmaligen Handlungen verwendet, wenn ich Eis esse zum Beispiel. Aber sie kann auch mit zukünftigen einmaligen Handlungen verwendet werden, wenn ich mein Auto bekomme. Hier sind ein paar Beispiele aus dem letzten Video. Wenn ich 40 Stunden pro Woche arbeite, verdiene ich ungefähr 1400 € pro Monat. Man wird erfolgreicher sein, wenn man irgendwo anders sucht. Wenn ich eine Wohnung zu vermieten habe, rufe ich ein paar von diesen Leuten an. Eine Konjunktion, die oft mit wenn verwechselt wird, ist als. Während wenn in jeder Zeitform verwendet werden kann, kann man als nur in der Vergangenheit verwenden. Es wird immer als when ins Englische übersetzt. In manchen deutschen Kreuzworträtseln fragt man nach einem anderen Weg, um zu der Zeit zu sagen. Die Antwort ist als. Wenn man zu der Zeit in einem Hauptsatz sagen kann, kann man diesen Hauptsatz in einen Nebensatz verwandeln und als verwenden. Das gilt natürlich nicht, wenn als nicht als Konjunktion verwendet wird. Diese Konjunktion wird nur für einmalige Handlungen verwendet. Zum Beispiel. Als eine Wohnung frei geworden ist, hat Trixi Rainer angerufen. Rainer war froh, als Trixi ihn angerufen hat. Rainer war schockiert, als er gelernt hat, dass es eine Warteliste für Wohnungen in Berlin gibt. Dieser Satz hat zwei Nebensätze mit zwei verschiedenen unterordnenden Konjunktionen. Da sie nach dem Hauptsatz stehen, beeinflussen sie die Wortstellung im ersten Satzteil nicht. Aber in beiden Nebensätzen stehen die Verben am Ende des Satzes. Noch eine Konjunktion, die oft mit wenn verwechselt wird, ist ob. Der Grund dafür ist die englische Übersetzung. Ob heißt auch if auf Englisch. Um diese Unklarheit zu vermeiden, muss man ob mit weather übersetzen. Mit ob drückt man aus, dass es zwei Optionen gibt. Wenn eine zweite Option nicht genannt wird, ist es immer oder nicht bzw. die Verneinung der ersten Option. Es ist einfach zu entscheiden, ob man ob im Satz braucht. Drückt man eine Entscheidung mit der Konjunktion aus, dann braucht man ob. Ob Rainer die Wohnung mag, wissen wir noch nicht. Rainer muss Trixi bis Samstag Bescheid geben, ob er die Wohnung will. Ob das Wetter gut ist oder ob das Wetter nicht gut ist. Ob das Wetter kalt ist oder ob das Wetter heiß ist. Werden wir das Wetter abwettern, egal wie das Wetter ist, ob es uns gefällt oder nicht. Whether the weather be fine or whether the weather be not. Whether the weather be cold or whether the weather be hot. We'll weather the weather whatever the weather, whether we like it or not. Es gibt noch eine Konjunktion, die auch als if übersetzt werden kann. Falls bedeutet aber etwas mehr. Wenn hat immer eine temporale Bedeutung und falls hat immer eine konditionale Bedeutung. Ich würde falls als in case ins Englische übersetzen. Lest die folgenden Sätze und seht, wie sich die Bedeutungen ändern. Falls du das Geld hast, kannst du ein neues Auto kaufen. In diesem Satz hast du das Geld gerade nicht und du wirst es vielleicht nicht bekommen, aber wir wissen wirklich nicht, ob du das Geld hast. Wenn du das Geld hast, kannst du ein neues Auto kaufen. In diesem Satz hast du das Geld gerade nicht, aber du wirst es wahrscheinlich irgendwann bekommen. Ich habe noch einen Bleistift, falls du ihn brauchst. Ich habe noch einen Bleistift, wenn du ihn brauchst. Diese zwei Sätze bedeuten fast das gleiche. In dem zweiten Satz deuten wir an, dass du den Bleistift bestimmt brauchen wirst, aber in dem ersten Satz sind wir nicht so sicher. Die Konjunktion BEFORE verwendet man genauso wie das englische Wort BEFORE, aber nie als Präposition. Wenn man BEFORE als Präposition im Deutschen verwenden will, kann man VOR, VORHER oder FRÜHER sagen. Zum Beispiel, bevor ich ins Bett gehe, putze ich mir die Zähne. Ich habe nur wenig Geld und kann nur zwei oder drei Monate Miete bezahlen, bevor ich kein Geld mehr habe. Rainer findet eine Wohnung, bevor er nach Deutschland fliegt. Man kann EHE fast immer anstelle BEFORE sagen. Es gibt keinen Unterschied zwischen EHE und BEFORE. Nur wenn es eine Beifügung gibt, wie zum Beispiel kurz bevor oder drei Jahre bevor, kann man EHE nicht verwenden. EHE wird nicht so oft verwendet, da es gehoben klingt. Wenn ich EHE in einem Satz höre, vermute ich, dass der Sprecher ein Monarchal hat. Wenn du nicht wirklich weißt, ob du BEFORE oder EHE sagen solltest, solltest du BEFORE verwenden. EHE ich ins Bett gehe, putze ich mir die Zähne. Der Ritter tötete den Drachen, ehe er die Prinzessin rettete. Die Konjunktion BEIS gleicht UNTIL auf Englisch und wird auch gleich verwendet. BEIS beschreibt ein andauerndes Ereignis, das zu einer bestimmten Zeit aufhört. Jetzt muss ich einfach warten, bis sie mich anruft. Ich hatte keine Haare, bis ich sechs Jahre alt war. Jetzt habe ich wieder keine Haare. Die Mäuse spielen, bis die Katze nach Hause kommt. Auf der anderen temporalen Seite des Ereignisses gibt es die Konjunktion SOBALD. Diese Konjunktion wird verwendet, um auszudrücken, dass etwas gerade nach einem anderen Ereignis passiert. Auf Englisch sagen wir AS SOON AS. Bevor er ins Kino geht, kauft er Schokolade. Sobald er ins Kino geht, macht er die Schokolade auf. Im ersten Satz kauft er die Schokolade, bevor er im Kino isst. Er ist wahrscheinlich wie ich. Ich möchte Schokolade im Kino essen, aber ich will die überteuerte Schokolade im Kino nicht kaufen. Im zweiten Satz öffnet er die Schokolade, die er früher gekauft hat, bevor er irgendetwas anderes macht, zum Beispiel seinen Sitzplatz finden. Sobald eine Wohnung frei wird, ruft Trixie Rainer an. Herr Antrim ist nach Hause gegangen, sobald er seine Arbeit erledigt hat. Sobald ich genug Geld habe, kaufe ich mir ein Boot. Es gibt ein paar Wörter im Deutschen, die mit BECAUSE übersetzen werden können. Man darf einen Satz mit den nicht anfangen, aber du kannst ihn mit da beginnen. Da ich alleine nach Deutschland umziehe und nicht so viele Sachen mitbringe, brauche ich keine große Wohnung. Manche Vermieter erhören sogar den Preis ihrer Wohnungen, da die Mieter fast jeden Preis zahlen werden. Da eine Wohnung frei geworden ist, ruft Trixie Rainer an. Die letzte Konjunktion auf meiner Liste für heute ist damit. Damit ist da ähnlich, aber man kann sie nicht in denselben Pfählen verwenden. Damit bedeutet so was wie so that auf Englisch. Rainer arbeitet jeden Tag, damit er mehr Geld verdient. Damit er nicht gegen das andere Auto fährt, macht Rainer eine Vollbremsung. Der kluge Deutschlerner abonniert Herr Antrims Kanal, damit er kein Video verpasst. Falls ihr Deutsch in Einzel- oder Gruppenunterricht lernen wollt, solltet ihr den Lingoda-Link in der Beschreibung klicken, damit ihr eure Ziele beim Deutsch lernen erreichen könnt. Vergesst nicht zu abonnieren, um jedes Video zu sehen und dieses Video zu liken. Wenn ihr das Skript dieses Videos und andere Videos auf Deutsch und Englisch wollt, könnt ihr sie und auch ein Arbeitsblatt dazu auf meiner Patreon-Seite finden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.